Ja, andere Leute, andere Leute stellen Let's Plays hoch oder so. Wir springen gegen unsichtbare Wände in Real Life. Das ist unfair. Du bist dir da mal den richtigen Weg gegangen. Ja, sicher. Ich hab ja auch den klassischen Orientierungsschnitt. Aber echt, ganz schön eingebildet, die gute Frau stellt sich mitten in dieses Sonnenlicht. Können wir zurück? Ach so, das meinst du? Ja. 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 Nein. 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 Wie sollen wir denn jetzt dahin? Ja, gar nicht mehr. Wir müssen questen oder so. Ja, aber wir sollen ja laut... ...schlöcheln. Ah! Auch da. Ohohoho, wir sind wieder da. Gefahrsflöcheln! Also Leute, das ist nicht normal. Wir sind natürlich gleichzeitig gestartet. Ja, alter. Das ist eine Quest. Exodus. Geht an Bord eines Karens. Nee. Nicht wirklich. Wir haben voll die Doppelsäcker, Karens. Ey, du fährst vor, ich fahr hinter dir. Das sieht voll so aus wie mein IC, ey, wäre das verstanden, ey. Ja, IC in Oldschool, genau. Ja. Ja, peicht die Pferde aus, Junge. Geht's? Vielleicht, weil die bei McDonalds verarbeitet werden. Ich bleibe nicht. Ja, ich bleibe auch immer stehen. Ich bleibe auch immer stehen. Komisch, dass unsere Leute da auf dem Dächern gleich aussehen. Ja, aber am Lehrer sind wir trotzdem nicht. Aber wir sind die ganze Zeit nicht netzuholt daher. Nein, sind wir trotzdem nicht. Oh Gott, da sind das erste Mal Dinger mit Stats. Und du kannst dich tragen, weil nichts Stoffmäßiges dabei ist. Ey, das Quest wird da oben angezeigt. Wieso? Oh, wir sind hier runtergefahren und wieder hochzulaufen. Sehe ich doch gar nicht ein, ey. Yummy, yummy, yummy. Yeah, Speed. Bad Boys, Bad Boys. Nö, nö. Hier lang. Ui, ihr Schlauen. Dahin. Oh mein Gott. Bad Boys, Bad Boys. Düt. Tschüss. Oh, verdammt. Bäm. Wow. Ich habe mir wehgetan. Wow. So. Wer hat der Rundfall überlebt, ne? Äh, ich verstehe doch nicht. Wir hätten doch auch dieses Unverhauten müssen. Jetzt bin ich echt verwirrt. Äh, äh, naja, wahrscheinlich ist das so, dass, ja, jetzt sag ich einfach mal so aus deinen Gründen, bis in die nächste Folge. Hä? Weil, ne? Was ist denn? Ich bestell machen wir jetzt einen Cut. Warum machen wir jetzt einen Cut? Also. Äh. 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 Also einfach hier, wir spielen ja jetzt weiter, aber, aber hier, wir müssen ja irgendwann mal schneiden, ne? Na und, wir spielen das jetzt durch. Ja, ich weiß nicht. Dann verstehe ich es jetzt echt nicht. Aus Stylegründen. Aus Stylegründen. Aus Stylegründen verwirrt du mich und sagst, Cut, obwohl wir weiterspielen. Ja. Also du meinst, du willst jetzt nicht da schneiden, hast du wenigstens auf die Uhr geguckt, nicht, dass es so ist, du machst eine Viertelstunde Folge, dann spielt man eine Minute und dann kommt dann bis in die nächste Folge. Nö, hab ich in echt nicht, ich hab jetzt so gedacht, wenn nicht, ist das ja auch nicht schlimm, ne? Ja, ne, weil wir haben ja eh komisch rumdiskutiert, dann checkt man das schon. Aber was ist denn das, das sieht voll cool aus. Was bist du, was bist du, ne Libelle oder so? Eine Fliege. Ne, ne Libelle, was ist das? Ja, du scheiß Krokodilvie. Achso, wir haben die Quest für dich. Können wir uns ne Handtasche draus machen? Ja, Krokodilvie da. Äh, nee, hier gibt man nicht ab. Oh, ich hab echt Hunger gemacht, das ist voll pervers. Wo bist du? Hey, das ist da. So. Ich weiß auch nicht, wo lang. Ja, egal, aber ich, wir bleiben zusammen. Und brennst da schon wieder sonst wo hin. Wie machen wir das eigentlich? Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema, lass uns, wann gucken wir das an, ne? Ähm, gucken wir uns irgendwann beides nicht an, oder wie ist das? Ja, ich bin da bei, du, da machen wir das so, dass ich, dein Koko und du meinst. Da kann man auch nicht gleichwertig gucken. Wieso? Dann sehen wir es doch eigentlich, was du gleichwertigst. Dünn, 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 dünn. Ja, ich bin da. Ja. Ich, ich drehe mich extra so um, dass man dich auch sieht. So. Äh, verdammt. Na ja. So. Für Geeneas. Für dein Volk, ja. Kauf uns mal Betten oder so. Ja, ich meine, wir kennen ja unseren Arsch, ne? Okadina besiegen. Und euch einen Banner holt, ja. Wenn es sonst nicht will. Ich hoffe, was das für eine Frechheit wäre, ne? Man kann ja auf Quest abbrechen drücken. Äh, auf Quest. Quest ablehnen. So. Der hat uns da gerade zu Boxsieger beliebt nach Motto und danach will er uns die Quest geben und machen ablöhnen. Pff. Kein Bock. Hast du deine Dienste getan? Oh, ich bereue es total, dass ich mein Leerwein laden nicht gibt. Ihr doch behauptet, wir sind doch ein Jahr. Ja. Still. Neum. Musch. Ja, ich werde noch schneller respawn junger. Wahrscheinlich ist alles so schnell, weil die schon tot. Und dass sich das ein Kriegervieh bestimmt gekillt hat. Tadam. So. Ja. Herz allergie. Ja. 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 Das lädt immer noch auf. Alter, hört das mal wieder auf Oh Mann Doch, Alter Ja, diese Fähigkeit ist noch nicht bereit Wenn du dich mal anstrengen würdest, wärst du vielleicht bereit Und du würdest nicht sterben Dankeschön Also, echt Ja, sag mal Das ist ja Seuche Ich hab voll Angst vor dem Das ist bestimmt total böse Aber ganz ehrlich, ich will mal Ich will auch mal wissen, wie es sich Ich will mal wissen, wie es sich Anhört jemand den Pult Was der für Stimmen hat Mal im Ernst, jetzt hast du die Flagge geklaut Ach, jetzt läuft er zurück Ganz ehrlich, ich pull den jetzt Weil ich wissen, wie es sich das anhört Und dann renne ich weg Der hört sich scheiße an Komm, wir laufen Du machst den auch noch unter Beschuss, ja Geparkt, genau in den richtigen Momenten zurück So Genau zur richtigen Zeit Hier kommt Na, lauf nicht weg, ich muss noch die Quests annehmen, spinnst du Sturm, Sturmstil, was heißt das? Ein Abschauen Bei der Kriegsflagge des uralten grauenen Clans Ich verweise euch das Land das unsere Vorfahren Ähm, ähm, geht's noch? Wer hat nur das Straßenkülter? Ich werde den Befehler erteilen, dass unsere Toiletten mit den Lumpenpennen, wen ihr Banner nennen, gereinigt werden Jetzt kommt Kuro, du macht ihn tot. Ist klar. Wie geil. Ja, jetzt ist er freundlich, ne? Haben wir ihn nicht eben gerade voll unterbestimmt? Ja doch, wir sind gerade... Ich guck mir das jetzt von Nahen an. Sollen wir vielleicht mitmachen? Nö, geht gar nicht. Falls man mich entdecken will. Ich hab's ja auch. Wir passiert natürlich nichts. Ja, nur noch ein paar Mal reinstellen. Ja, Lolo, Lolo. Ja, verreckt ihr nicht. Jetzt kommt ein Tag von uns. Und jetzt? Na gut, dann sprechen wir bei den Turm. Moment, wo muss man hin? Ja klar, ich hab das gar nicht mehr ready. Ich will mein Otto normales Sprinten haben. Das ist ja gemein. Ganz ehrlich, meine Threadszahl ist auch ziemlich niedrig. Sieben, acht. Normal müsste die doch höher sein, oder nicht? Was mir so auffällt. Irgendwann müsste mein D-Ort noch voll sein. Aber dann unterbricht das die Aufnahme automatisch. Dann siehst du das ja, und dann machen wir schon das praktisch. Wann ist dieses Gebiet zu Ende? Wann ist das? Eigentlich mit Läwe 10, möchte ich behaupten. Ich hab heute. Gibt's ja der Hexemeisterlehrer. Verdammend. Ich lerne jetzt eh wieder nur irgendwelche Scheiße, glaube ich. Droidenlehrer? Hexemeisterlehrer! Hexemeisterlehrer, wo ist mein Lehrer? Hexemeisterlehrer! Wah! Was willst du, und wie so bildst du mich an? Hä, ist mein Haus oder war? Ja. Ja, hallo. Wir sind verbrüßt. Oh, ich bin so Questgeber geraten. Uiuiuiui, für mein Lehrwanderer brauche ich jetzt kein Sehensspital. Und Mathe, ich mach's jetzt so. Er hat den epischen Namen, wo bist du? Er hat die Quest abgegeben. Den epischen Namen, genau. Verschwem ihn, beschwem ihn, beschwem ihn. Den epischen Namen. Ein Moment, oh, dieser Arsch steht in mir, so. Ein Moment der Stille. So, es wird ein neues Monster geboren, aus der Kraft. Meine Exmatikerin. Krackstück, hat doch was. Waterloom wollte ich. Ja, Waterloom, hundertprozentig wäre so es geworden. Oh, sag mal, ich bin zu dumm, meinen Lehrer zu finden. Wo ist der jetzt? Loreen, die Hehlerin. Was gibt es? Hehlerin. Er soll jetzt nicht eh wieder zum Lehrer. Ich werd ja wohl nicht mehr. Ich hab Hinterhalt und Entrinnen gelernt. Wie erfrischend. Aber immerhin hat jetzt Steff einen gewissen Sinn. Was kann ich für euch tun? Da ist ja noch so eine Tagebuchseite. Für eine Quest. Warte, komm mal her. Äh, ja, Mom. Was? Äh, ja, danke. Wie cool. Verkaufen wäre prinzipiell nicht mal so schlecht. Möchte man behaupten. Möchte man, ich hab mal auf. Äh, zack? Ja. Ich find doch, es geht so. Wir sollen die Viecher da töten, ne? Noch eine Tagebuchseite. Oh, toll. Oh, wie ein dingatrisches Blut. Ey, der Name meines Wichtes ist irgendwie so genial, dass ich ihn schon wieder vergessen hab. Ah, manik. Verdammt, das Ding hab ich aufgesammelt. Ich muss mal ein Dings machen. So, zack. Und, äh, Interface, äh. Da, Busch, da. Vier von sechs. Vier von sechs. Ähm. Ja. Ja. Ach man. Irgendwie. Hab ich jetzt schon vorneweg keine Lust, das alles zu schneiden. Soviel schneiden ist das doch gar nicht. Ich meine, ich schneide da kaum was raus, außer den Anfang. Ach, du meinst du es veröffentlicht? Ja, das ist das auch. Richtig? Stimmt, schneiden ist an sich nicht so schlimm. Und, äh, so eine nette Walk, damit klappen wir die ganze Zeit. Oh, fahr auf. Ja, du meinst du. Und, glaube ich. Oh, wie warm ist das denn? so braucht noch Tagebuchzeiten ich auch nicht die Gnauer ab Köln misstrauischer Mastien was zum Misstrauen oh Tja, Levecena? Kein Ding Du hast mich vorhin angebellt, du Hund das ist deine Strafe ähm jetzt kriegst du auch mal Stoffhosen, die Sinn ergeben und ich krieg eine Lederbrust mit einer Intelligenz aber egal ich sag nicht, ob ich das nicht brauchen würde aber aber